Die Firma Spar ist für ihre tollen Familienaktionen bekannt. Nun steht die nächste unmittelbar vor der Tür. Am letzten Februar-Wochenende werden insgesamt 50.000 Gutscheine an Sparkunden ausgegeben, mit denen man um lediglich 2 Euro den Zoo Salzburg besuchen kann. Schon zum vierten Mal starten Spar und der Zoo Salzburg mit einer attraktiven Familienaktion ins Frühjahr. Wer am Freitag den 25. Februar und Samstag den 26. Februar bei Spar, Eurospar oder Interspar einkauft, erhält einen Gutschein für den Zoo Salzburg. Damit kostet der Eintritt in eines der attraktivsten Ausflugsziele Salzburgs nur 2 Euro. Der Zoo Salzburg ist ein ganz toller Partner, dass wir wieder diese Aktion machen dürfen. Mit 50.000 Gutscheinen, die wir ausgeben, dürfen an unsere Kundinnen. Das zeigt schon, dass das wirklich eine für beide Seiten sehr erfolgreiche Kooperation ist. Mit einer Einlösezeit über den gesamten Sommer bis Ende August. Also eine tolle Geschichte. Die Rückmeldungen aus dem Zoo sind für uns auch sehr gut. Neben dieser Gutscheinaktion verlängert der Spar auch die Patenschaft für die Roten Pandas. Durch diese finanzielle Unterstützung werden die Arbeiten und Ziele des Zoo Salzburg in Kooperation mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm für bedrohte Tierarten unterstützt. Das Geld fließt den Roten Pandas und den Projekten zu. Rote Pandas sind sehr, sehr massiv vom Aussterben bedroht. Es gibt nur sehr, sehr wenige Rote Pandas. Und da ist es auch sehr wichtig, dass es im Zoo Nachzucht passiert, damit man eine Reservepopulation hat und zur Not in der Freien Wildbahn mithelfen und aushelfen kann. Es ist ein ganz wichtiges Zuchtprogramm. Die Roten Pandas sind ja vom Aussterben bedroht und waren damals noch sehr jung, wie wir damit begonnen haben. Und das hat sich für uns angeboten, dass wir gesagt haben, das ist eine tolle Geschichte. Das ist uns wichtig, dass wir auch diese Artenschutzprogramme unterstützen, speziell jetzt hier beim Roten Pandas, wo wir Pate sind. 2011 ist für den Zoo Salzburg ein ganz besonderes Jahr. Feiert man doch das 50-Jahr-Jubiläum. Für die Besucher sind einige Neuerungen geplant. Wir haben eine neue Anlage, die Tapir-Anlage im Südamerika-Bereich. Der Kommentar-Piere, Seriemas, Cabibaras, sehr spannend, interessante Tiere zum Ansehen und auch vom Aussterben bedroht. Im Laufe des Jahres wird dann im nördlichen Bereich der Eingang neu gestaltet und die Steinbock-Anlage wird fast verdoppelt. Das heißt, man sieht die Steinbocker sehr toll und sie haben viel, viel mehr Platz. Ja, zwischendrin gibt es auch ein paar Highlights, die können wir noch nicht alle verraten, aber es wird ein spannendes Jahr und wir freuen uns natürlich auf die Besucher. Dass diese einzigartige Kooperation zwischen Spar und dem Zoo Salzburg auch 2011 weitergeführt wird, freut natürlich alle Beteiligten. Die ganz großen Gewinner sind neben den Roten Pandas aber vor allem die Zoobesucher. Sparen sie doch mit den Spargutscheinen bares Geld. Deswegen heißt es am 25. und 26. Februar schnell zuschlagen. Denn die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Gutscheine heiß begehrt sind. und 25. Juli富